So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der dicke Eide, neue Folge. Backs out Monday in Pokémon Go. Das ist schon wieder so kalt. Deswegen habe ich auch eine Wollmütze auf. Die Heizung ist an, aber gleichzeitig auch aus, denn ich kann zaubern. Ich weiß nicht warum, die Heizungen gehen schon wieder nicht in der Wohnung. Alles, alles tot, sonst wie. Bin ja eh bald hier raus. Aber dann merkt man, wie das ist. Draußen ist es gefühlt wärmer als hier drin. Und das ist halt schlimm. Gleichzeitig aber zieht alles hier rein. Und dann bleibt die Wärme irgendwie draußen. Aber die Kälte staut sich an. Ich verstehe das nicht. Deswegen, ja. Ich sitze auf jeden Fall hier und friere. Und friere jeden Tag bis zur Erlösung. Das ist total toll, oder? Wenn ihr auch friert, schreibt es mal in die Kommentare. Am Wochenende war die Höhentour. Die globale Höhentour. Wir waren in München. Beim Hannes, mit Genaya, mit Pupsi. Beim Carry Imbiss hoffentlich. Hat das alles geklappt. Ich muss das jetzt hier ein bisschen... Red mal nicht drüber. Egal. Ich möchte ein kleines Höhenspecial machen. Bei Max Out Monday. Ich möchte euch aber nicht die Gelegenheit nehmen mitzumachen. Ich werde trotzdem drei Vorschläge aus der Community wieder nehmen. Aber ich selber habe drei Titel-Pokémon bestimmt. Normalerweise bestimme ich ein Titel-Pokémon, was ich maxe auf 50. Vorausgesetzt, ich habe ein 100%iges und genügend XL für Level 50, was auch für eure Vorschläge gilt. Wenn ich ein 100er habe und genügend XL, dann maxe ich das. Normalerweise habe ich also über eins genommen. Fünf Vorschläge von euch. Diesmal nehme ich drei und dann eben noch drei Vorschläge aus der Community. Kamatro hat gerade eingeladen hier. Grüße gehen raus. Aber ich habe meinen täglichen Raid Pass schon gemacht. Habe 890er gezogen. Und ich möchte jetzt einfach mal hier rein. Möchte mal diesen Suchbegriff eingeben. Vier Sterne und Drop Reliquirt. Und da haben wir nämlich Tropius, Reliquant und Quirtel. Das sind die regionalen Pokémon. Nicht alle aus der Höhenregion, aber die drei, die während der Höhen-Tour aus 10 Kilometer-Eiern geschlüpft sind und shiny sein konnten. Jetzt habe ich 200%ige Reliquant, 200%ige Tropius und 100%iges Quirtel. Ich habe drei Stück schon vorher gehabt von jedem eins. Während der Höhen-Tour habe ich aber aus den 10 Kilometer-Eiern auf der Suche nach den Shinies ein Reliquant gebrütet und auch ein Tropius gebrütet. Und weil das theoretisch dann eher Andenken sind, die an irgendwas hängen, möchte ich heute ein Reliquant, ein Tropius und ein Quirtel auf Level 50 maxen. Tropius wurde auch schon oft vorgeschlagen von euch. Max mal ein Tropius. Ich habe immer gesagt, wo soll ich denn die Bonbons hernehmen? Hallo? Die Höhen-Tour hat es jetzt aber ermöglicht. Aus den 10 Kilometer-Eiern gab es immer schön Bonbons dazu. Je mehr man gebrütet hat an Staub, sonst was, gab es auch schön Bonbons. Ich möchte also dieses Reliquant jetzt hier maxen. Das heißt, wir werden ein Power-Up hier durchführen auf 2858. Das ist mein erstes Titel-Pokémon, was gleichzeitig hier auch einen Level 50-Tag bekommt. So braucht ihr Reliquant nicht mehr vorschlagen. Reliquant, der zittert total. Der friert nämlich auch. Guckt euch... Na, so sah es besser aus. Guckt, wie der zittert. Der friert nämlich auch. Reliquant auf 50. Eins meiner Highlights jetzt hier drin. Gleichzeitig machen wir Tropius. Das habe ich damals immer in der Superliga genutzt. Ganz am Anfang. Aber wir nehmen dieses Tropius, weil das auch aus einem Ei gebrütet ist. Ziehen das hoch auf Level 50. Kommen auf 2194. Machen hier dann auch den Level 50-Tag dran. So, ist Tropius also auch fertig. Freut sich hier dieses... Mit dem Euter. Mit den Bananen am Hals. Das Bananenhals-Pokémon. So steht es im Pokédex wahrscheinlich drin. Ja, ganz unten sieht man, da ist ein 10-Kinometer-Ei abgebildet. Wir gehen aber wieder raus und haben noch das übrig, was wir nicht als Hunderter gebrütet haben, aber trotzdem als Shiny haben, weil wir alle drei Regionalen als Shiny bekommen haben. Aber das habt ihr ja in einer Extra-Folge gesehen, nämlich am Sonntagabend in der Shiny-Ausbeute. Dieses Kuddel 365 XL wird jetzt natürlich auch gemaxed auf 2366. Damit war Relikant, glaube ich, das höchste, das größte. Hier machen wir auch den Level 50-Tag dran. So. Kuddel 2366. Relikant 2,8. Rupius 2,1. Rupius also dritter Platz. Kuddel zweiter Platz. Relikant erster Platz mit 2,8. 2,8 ist trotzdem eigentlich relativ hoch, aber was sagt er, Stein? Weiß nicht, ob man damit was macht. Jetzt möchte ich mal in die Kommentare gehen. Letzte Woche gab es irgendwie nur 13 Kommentare. Diesmal gab es 34, also über das Doppelte. Fand ich richtig krass. Nur leider kann ich diesmal nur 3 berücksichtigen, weil ich ja selber 3 vorgeschlagen habe. Max mal bitte dein Lieblings-Pokémon. Hab nicht mal 100% Krypto. Hm. Mein Lieblings-Pokémon ist Raupi. Raupi habe ich schon auf Level 50 gemaxed. Einmal in 100% und einmal in 0%. Glaubt man das jetzt noch? Jetzt gebe ich das extra nochmal hier 4 Sterne und Raupi ein. Und dann sieht man, okay, ist er auf Level 50 gemaxed. Bitteschön. Also mein Lieblings-Pokémon ist schon gemaxed. Jochen kommt rein und sagt Raupi und Taubsi. Hm. Jochen passt auch nie auf, ne? Obwohl, wenn wir einmal in der Familie sind mit Raupi, können wir ja aber hier drücken und schauen, ob hier noch was fehlt. Smetbo ist auf 50. Raupi ist auf 50. Dann, wir machen einfach jetzt Safcon auch noch. Safcon, Power-Up auf 50, kommt auf 509. Und dann ist das der erste Vorschlag aus der Community. Was ist das? 509. Raupi hat 494 und Safcon 509. Das ist auf jeden Fall krass. Jetzt haben wir die Familie aber auch voll. Ihr braucht kein Raupi, kein Safcon, kein Smetbo mehr vorschlagen. Und unter diesem Video wird bestimmt wieder einer schreiben. Max doch mal ein Raupi. Egal. Zwei Vorschläge sind noch übrig. Fati sagt, mein Vorschlag ist Quabbel. Jetzt habe ich aber das Problem. Wir haben beim letzten Mal ein Aboqualyb gemaxed. Und jetzt wollte ich sagen, habe ich nicht genügend XL übrig für ein normales Quabbel. Aber doch habe ich auch. Das heißt, okay, dann maxen wir halt einfach ein Quabbel. Ein Aboqualyb gemaxed und ein Quabbel auch gemaxed. Ich hoffe, das ist das Richtige. Ja, muss ja das Richtige sein. Machen wir halt auch einen Tag dran. Das heißt, die Familie ist dann auch voll. Wie soll ich das so blöd eingegeben? Muss ja noch ein B machen. Und dann seht ihr das direkt. Aboqualyb 2-6 und Quabbel 1-4 ist auch gemaxed. Aber einen Vorschlag haben wir noch frei. Hier steht Schenaya. Meine Vorschläge. Seemon, Seemob, Seeper. Seemon, Seemob, Seeper. Se. Wir gehen erstmal zu Seeper. Ja, ja, Seeper. Ist nicht auf 50. Haben wir auch nicht genügend XL. Seemon das gleiche. Seetra King ist auf 50. Können wir noch Seemobs eingeben? Seemobs. Wir haben Reiser auf 50. Wir haben Seeyong. Nicht auf 50. Könnten den also machen. Und dann bleibt ein Seemobs übrig. Aber weil sie ja Seemobs vorgeschlagen hat, würde ich vielleicht ein 100er Seemobs am besten das mit dem Schal maxen. Und warum hat das? Warum steht da 2000 drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wieso da eine 2000 steht. Aber wir nehmen einfach hier Seemobs auf 1088. Dann haben wir ein 100er mit Kostüm gemaxed. Fehlt dazu nur noch Seeyong in der Familie. Das kriegt auch den Level 50 Tag. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Spezialfolge Max Out Monday zum Höhenspecial. Nach der Höhentour mit den drei Höhenregionalen, die es neu in Seemobs gab. Seemobs. Genau. Ansonsten Grüße gehen raus natürlich an den Rest. Der Heise hat es nämlich richtig gemacht. Er hat geschrieben, ex mal Zuba, dann hat die blöde Katze dahinter gemacht. Weil ich nämlich genau gesagt habe, es wird bestimmt wieder einen geben, der Zuba drunter schreibt. Da muss der... Also Tobi ist bestimmt auch der, der Raupi unter dieses Video schreibt. Ansonsten Grüße an den Rest. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt nicht dran wart. Egal, dann macht Kommentare unter dieses Video. Beim nächsten Mal nehme ich ja wieder fünf Vorschläge von euch und nicht nur drei. Da ist also mehr Zeit dran zu kommen. Wenn ich einen Hunderter habe, wenn ich genügend XL habe, dann max ich das. Wir maxen auch Familien mittlerweile. Deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace Out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt Kommentare hier drunter. Und nächste Woche Montag seid ihr vielleicht dabei. Tschüss.